Die Pfanne stark erhitzen, das Fleisch hineinlegen und anfahren. Tomaten, Zwiebeln und Paprika, Kleinschlein, und dann, Zwiebeln. Man kann auch dem eine halbe Tue Tomatenmassen zugeben und hat dann eine Basis für eine Versammel. Das Ganze reduzieren lassen und nochmal mit etwas Wasser nachkühlen. Das Ganze würzt man mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver, etwas Majoran, Knoblauchpulver oder eine Viertel Zwiebeln und Knoblauchpulver. Nun bindet man das Ganze mit ein bisschen angerührtem Mehl ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.